Herzlich Willkommen! Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt, Venedigs, die Metropole der Liebe. Blinderfleck So heißt dieses Legesystem. Dieses Legesystem wurde von mir entwickelt und bei dieser Legung schauen wir an, wie sehen die anderen uns und wo haben wir die Blinderfleck, welche Geheimnisse liegen noch da, was wir noch nicht sehen oder sehen können, worauf sollen wir achten. Diese Legung ist eine allgemeine Legung. Wie sehen euch die anderen in euren Familien, Freundeskreis, im privaten Bereich? Diese Karte erzählt davon. Die anderen sehen, ihr seid offen, ihr seid fröhlich, ihr habt Erfolg, bei euch ist alles in Ordnung. Wie sehen die anderen euch im beruflichen, im geschäftlichen Umfeld, dass ihr fleißig seid, habt ihr Ausdauer, ihr macht das ganz genau, vielleicht ein bisschen langsam, aber ihr könnt konzentriert und gut arbeiten. Wie seht ihr eure momentane Situation, das zeigt diese Karte an. Was wichtig ist im Augenblick, die Gefühle, die Liebe, Partnerschaft, Gefühle zeigen, Gefühle annehmen, Erwartungen oder ihr wünscht, dass etwas in Bewegung kommt. Die tiefe Blick, was euren Gefühlen betrifft, das zeigt diese Karte an. Die tiefe Blick, ihr seid gerade dabei, die Menschen beobachten, kennenlernen und dieses Bild erzählt etwas. Diese blonde Frau kommt mit Geschenk, mit Blumen, aber ihr Gesicht zeigt Unerlichkeit. Also dieser Geschenk kommt nicht von Herzen und dieser Mann steht zwar da, aber versteckt etwas. Also ihr seid dabei momentan und das sagt, euren Gefühlen beobachtet alles. Es muss nicht euren Wunschpartner sein, das kann eine Kollegin sein oder ein Nachbar oder jemand von Verwandten. Wie verhalten sie sich, warum kommen sie mit Geschenk, kommt es ehrlich oder was haben sie zum Verbergen. Also das, was ihr zurzeit beobachtet und das sagt euren Gefühlen. Und jetzt kommt der blinde Fleck. Was ist, was ihr nicht sieht oder nicht sehen wollt, das zeigt diese Karte an. Ein männlicher Person kommt entgegen. Es ist auch die Schnelligkeit, er ist zielbewusst und trifft klare Entscheidungen. Also diese Begegnung, diese Entgegenkommen und diese Entscheidung, das was ihr noch nicht sieht oder wollt ihr das noch nicht sehen. Wo liegt das Glück beruflich, finanziell? Das ist die Spiritualität, die Kreativität und ihr habt Möglichkeiten, euch beruflich zum Entwickeln euren Berufung leben. Und jetzt kommt das große Geheimnis einer Offenbarung, was ist noch nicht sichtbar, was kommt in die Zukunft. Das ist die Glück, die finanzielle Glück. Das ist das Haus, das symbolisiert Wohlstand. Das Garten ist mit Fülle, das blüht richtig auf. Also zeigt diese Karte erstes Mal das Wohlstand, dann das Haus, das Zuhause, der Schutz, die Familie. Und diese Dame steht am Tür und winkt schon. Also kommt jemand. Das ist noch nicht sichtbar, aber es kommt jemand entgegen. Und das ist diese Offenbarung, die Sicherheit, Stabilität, das Familiäre, das eigene Zuhause, auch die Wohlstand und auch die Partnerschaft, weil das kommt entgegen. Das war diese allgemeine Legung, Blinderfleck. Selbstverständlich könnt ihr diese Legung auch buchen. Dann ist das persönlich maßgeschnitten. Es sind Videoberatungen und diese Videoberatungen sind anonym. Ihr bekommt dazu einen medialen Namen. Ihr bekommt dazu eine persönliche mediale Botschaft. Immer bezüglich auf die Frage, also wird beschrieben, der Blinderfleck. Diese medialen Botschaften sind nicht meinen eigenen Gedanken. Und ich lese das auch nicht vor von Karten, sondern ich empfange wirklich diese Botschaften. Dann schauen wir auch astrologisch an. Und ich betone den Blinderfleck. Und dann kommt selbstverständlich die Legung dazu. Mein Honorar beträgt für diese Art von Beratung, Blinderfleck, 25 Euro. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.